Mit guter Musik geht alles viel einfacher und gute Musik empfängt man digital und am besten mit dem Digit Radio 220 von Technisat. Digitaler Radioempfang hat einige Vorteile und Sie werden es genießen, aber schauen wir erstmal auf das Radio an sich. Das ist ein Radio, was Sie zu Hause benutzen können, aber auch gerne mitnehmen, denn hier ist ein Akku mit verbaut, da können Sie dann 24 Stunden lang Radio hören, wenn Sie unterwegs sind. Mit dem Netzteil natürlich zu Hause die Stromversorgung gewährleisten oder den Akku wieder aufladen. Dann haben wir wirklich ein tolles Hochglanzgehäuse, so ein klassisches Design. Der Tragegriff ist aus Metall, ist schwenkbar, Sie können es wirklich gerne mitnehmen, es ist handlich. Und wenn es um die inneren Werte geht, dann haben wir DAB, DAB Plus, das ist der digitale Radioempfang. UKW ist auch mit eingebaut. Sie können gerne auch einen CD-Player oder einen MP3-Player anschließen, wenn Sie möchten. Und der Klang, Achtung, ist wirklich klasse. Wir haben hier einen 5-Watt-Lautsprecher mit eingebaut und wenn Sie sagen, ja Moment mal, ich möchte das vielleicht ganz gerne alleine hören, dann schließen Sie hinten gerne ein paar Kopfhörer an oder auch gerne noch ein weiteres Soundsystem, denn wir haben noch einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker, Ausgang auf der Rückseite. Aber was heißt denn jetzt eigentlich DAB, DAB Plus, digitales Radio. Und da möchte ich Ihnen einfach mal kurz ein paar Vorteile zeigen. Es gibt multimediale Zusatzinformationen, zum Beispiel Spielstandstabellen oder auch gerne Infos zu dem Song, den Sie gerne hören. Es gibt ein erweitertes Verkehrsinformationsangebot. Und was ganz wichtig ist, digitales Radio empfangen Sie in Deutschland und in Europa. Sie haben eine riesige Programmvielfalt von regionalen und überregionalen Radiosendern. Und vor allen Dingen eine digitale Empfangsqualität, das heißt kein Rauschen mehr. Es gibt auch diese klassische Frequenzsuche nicht mehr. Und toll ist einfach, Sie können das stationär und mobil über die Antenne empfangen. Die Vorteile sind schon klasse, aber wenn Sie jetzt überlegen, Moment mal, habe ich denn überhaupt DAB oder DAB Plus Empfang zu Hause? Dann schauen wir mal gemeinsam hier auf diese Deutschlandkarte. All das, was dunkelblau eingefärbt ist, da können Sie digitales Radio zu Hause empfangen. Und all das, was hellblau ist, da ist der Empfang von digitalem Radio mobil möglich. Aber mit dem Digital Radio 220 kommt beides zusammen, denn Sie können hier mit zu Hause und unterwegs Radio genießen. Wir haben hier wirklich eine ganz tolle Sendervielfalt und am besten schauen wir doch jetzt mal auf das integrierte Display und dann zeige ich Ihnen mal einige Sender und vor allen Dingen auch, wie das Ganze aufgebaut ist. Auf dem großen Display sehe ich jetzt hier zum Beispiel oben die Uhrzeit. Darunter sehe ich, dass ich gerade den Radiosender absolut relax höre und in der Laufschrift darunter bekomme ich dann noch Informationen über den Titel, der jetzt gerade zu hören ist. Die Bedienung ist auch ganz einfach aufgebaut. Sie haben unter dem Display noch eine Zeile mit einigen Knöpfen. Das heißt einmal hier die Info. Wenn ich da drauf drücke, kann ich dann nochmal wechseln. Wie heißt der Titel? Wer ist der Künstler zum Beispiel? Wie ist gerade die Empfangsqualität? Welches Genre höre ich gerade? Dann habe ich die Taste Mode. Mit der kann ich jetzt zwischen dem UKW-Radio, dem Eingang für CD-Player oder MP3-Player umschalten. Da ist mein digitaler Radioempfang und so kann ich einfach zwischen den einzelnen Quellen immer hin und her schalten. Mit der Taste Menü können Sie dann noch einzelne Einstellungen vornehmen und um das weiter steuern zu können, nehmen Sie dann bitte einen dieser beiden Knöpfe, denn der linke Knopf ist für die Lautstärke und fürs Ein- und Ausschalten zuständig. Und der rechte Knopf, damit kann ich mich entweder in den Menüs bewegen oder aber auch natürlich durch Drehen die Radiosender wechseln. Wichtig ist dabei noch eins, dieses Radio hat auch ein paar Sonderfunktionen. Möchten Sie gern Ihren Wecker im Schlafzimmer ersetzen? Machen Sie es damit. Möchten Sie gerne zum Einschlafen noch Musik hören? Geht auch hiermit, denn Sie können eine Einschlaffunktion aktivieren. Und zu guter Letzt natürlich auch, wenn das Gerät Sie weckt, drücken Sie bitte hier einmal auf die große Taste drauf rechts. Dann haben Sie die Snooze-Funktion, das heißt, bitte lass mich noch ein paar Minuten schlummern, bis du mich wieder mit Musik, mit meinem Lieblingssender wächst. Wir schauen noch mal in das Menü, denn da kann ich mich dann hier mit der rechten Taste noch mal bewegen und sehe dann noch die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten, die mir angeboten werden. Da hatten wir das gerade schon, Sleep für die Einschlaffunktion. Der Wecker ist hier noch mit dabei. Sie können die Klangqualität noch verändern, die Uhrzeit noch mal nachstellen, wenn Sie möchten. Auch die Beleuchtung des Displays noch variieren. Aber wichtig ist einfach, ich habe diesen digitalen Radioempfang. Und einen Sender haben wir ja gerade schon gesehen. Da ist er noch mal, absolut relax. Und jetzt gehe ich nochmal aus dem Menü raus. So. Und kann jetzt hier mit der rechten Taste einfach noch mal drehen. Jetzt bin ich bei BigFM zum Beispiel. Und wenn Sie jetzt so Ihre Lieblingssender kennen und sagen sich, Mensch, ich möchte da nicht immer drehen, dann nehmen Sie doch einfach den Favoritenspeicher. Das ist ganz einfach, denn wir haben unter dem Display noch hier die Funktionstasten 1, 2, 3 und 4+. Das heißt, da kann ich jetzt meine Sender einfach abspeichern. Das ist ganz einfach. Gucken Sie mal. Ich habe jetzt hier BigFM ausgewählt. Der hätte ich ganz gerne auf dem Programmplatz Nummer 2. Das heißt, ich halte die 2 jetzt einfach gedrückt. Zack. Programmsender ist gespeichert. Und so können Sie Ihre Favoriten zusammensetzen. Und es sind bis zu 10 Sender speicherbar. Das alles im Digitradio 220 von Technisat. Nochmal digitaler Radioempfang. Unterwegs und zu Hause. Und gerade unterwegs ist es einfach klasse. Denn Sie haben einen Akku integriert, mit dem Sie bis zu 24 Stunden Radio genießen können. Sie können am Gerät auch gerne noch einen CD-Player oder einen P3-Player anschließen. Ich finde es ideal. Das klassische Design. Die Verarbeitung einfach top.